Wir unterbrechen einmal das aktuelle Programm, es gibt nämlich Neuigkeiten. Schauen Sie mal hier, wir haben direkt einmal hier alles aufgebaut, haben Diana hier einmal ganz schnell in Sportkleidung geschmissen, um Ihnen diesen wunderschönen neuen Heimtrainer zu zeigen. Das ist eine Riesensensation und wir freuen uns wahnsinnig, den jetzt hier zu haben. Denn Bewegung ist ja ganz wichtig. Wir wissen alle, wir müssen ein bisschen was tun, aber wir wollen es ja auch immer ganz komfortabel haben. So ein bisschen Fahrrad fahren. Ich glaube, das geht immer. Das kann jeder von uns. Also Sie fahren, glaube ich, auch ganz gern mal so ein bisschen Rad und das dann zu Hause in den eigenen vier Wänden machen. So ein bisschen was fürs Herz-Kreislauf-System. Das ist genial, vor allem mit so einem tollen Gerät. Vor allem Fahrrad fahren verlernt man nicht und auf dem Heimtrainer erst recht nicht. Ja und schauen Sie sich an, wie komfortabel das geht. Kathi hat es gesagt, Sie waren vielleicht jetzt gerade auch unterwegs bei den ersten Plusgraden, bei dem schönen Wochenende, mal draußen mit dem Pedelec, mit dem Fahrrad. Und da merkt man, dass Weihnachten und Silvester recht üppig ausgefallen ist und dass man vielleicht schon mal ein bisschen an der Kondition arbeiten sollte für bevorstehende Radtouren. Da kommt unser brandneuer Heimtrainer genau richtig. Schauen Sie sich den an. Der passt in jede kleinste Mietwohnung und ist vor allem super komfortabel, super sicher und wirklich ausgestattet mit dem Besten des Besten, das wir hier haben. Na ja und so ein bisschen Radfahren, das ist ganz angenehm, weil die Gelenke entlastet werden, wie zum Beispiel das Knie- oder das Hüftgelenk. Das heißt, Sie tragen Ihr Körpergewicht nicht auf den Gelenken, wie beim Laufen zum Beispiel, wo dann immer ordentlich abgefedert werden muss an den Gelenken. Hier sitzen Sie. Ihr Körpergewicht sitzt auf einer wunderschönen Sitzfläche, werde ich Ihnen gleich auch nochmal im Einzelnen separat zeigen. Hier sitzen Sie ganz bequem, die Wirbelsäule wird gestützt, die Bandscheiben werden entlastet und wenn die liebe Diana möchte, lehnt sie sich sogar in diese komfortable, gepolsterte Rückenlehne zurück und kann jetzt ganz entspannt radeln. Die einzige Bewegung, die wir haben, das ist diese hier im unteren Teil, die Tretbewegung, die mit 2,5 Kilogramm Schwungmasse hier ordentlich auf Trab gehalten wird, die man auf 8 Widerstandsstufen schalten kann und das Ganze super einfach und super bequem. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz erwähnen, dass wir hier natürlich einen sehr, sehr stabilen Schwungmasseheimtrainer haben. Der hält bis zu 150 Kilogramm, also ist bis 150 Kilo belastbar und ist hier dank nochmal so extra breiter Füße wirklich auch ganz, ganz sicher. Also da kann man nur rütteln und alles, da passiert wirklich absolut gar nichts, ist super sicher und das ist auch ganz wichtig. Jetzt haben wir aber noch etwas weiteres hier und das ist ganz hervorragend. Stoffwechsel ankurbeln, Durchblutung fördern, um zum Beispiel auch Alterserkrankungen wie einer Demenz vorzubeugen, das ist genau das, was der Hautarzt immer sagt, wenn er meint, man sollte ein bisschen sportlich aktiv sein. Sie haben ja einen hochwertigen Trainingscomputer, wo Sie alle wichtigen Informationen jederzeit ablesen können. Ob Sie nächstes Jahr die Tour de France fahren, also wie viele Kilometer, wie lange Sie unterwegs sind und selbstverständlich auch, wie viele Kalorien Sie verbrannt haben. Was jetzt aber brandneu hier zu der Rückenlehne ist, ist, dass wir hier Pulssensoren an den Griffen integriert haben. Wir haben gleich vier Griffe für den linken und für den rechten Arm, sowohl vorne als auch hinten am Sitz. Und hier vorne, wo man sich abstützt und ablehnt, sind Pulssensoren integriert, wo Sie Ihre Handflächen auflegen während des Fahrens und dadurch komplett sicher fahren, weil Ihr Puls, Ihre Herzfrequenz immer überwacht wird. Das heißt also, Sie können weder in einen zu hohen Frequenzbereich kommen, noch können Sie entscheiden, Mensch, ich möchte in der Fettverbrennung bleiben, dann bleibt der Puls etwas niedriger. Wir hatten es bereits angesprochen, die Pulssensoren. Hier schöne, charmierte Griffe. Das Ganze klapper, schauen Sie sich mal an, auf kompaktesten Maßen. Das ist ja auch der Wahnsinn, das klappt jetzt für jede einzelne Wohnung, kann man überall hinterstellen, jede Tür, jede Abstellkammer, jedes Sofa passt überall hinter. Und schwuppdiwupp wird das Ganze einfach einmal ausgeklappt. Wenn Sie sagen, jetzt soll das sportliche Workout beginnen, dann wird hier die Rückenlehne einmal hochgeklappt. Und dann können Sie sich jetzt ganz komfortabel hier auch schon beim Aufsetzen abstützen. Das ist ja was ganz, ganz Tolles hier. Das ist hier dieser schöne Sitz, von dem wir eben gesprochen haben, der jetzt auch eine extra breite Sitzfläche hat, der schön gepolstert ist, der ganz, ganz toll vernäht wurde. Der optimal ist wirklich, um auch den Rücken zu unterstützen. Und schauen Sie sich mal an. Das heißt, Sie nehmen dann einfach einmal Platz auf Ihrem Rad, auf Ihrem Heimtrainer. Das Ganze unten natürlich dann auch nochmal schön gepolstert, schön gemacht. Und jetzt kann ich mich hier schön auch anlehnen, an der Rückenlehne. Und das ist was ganz Komfortables für Sie auch. Sie dürfen sich während des Radfahrens auch gerne dann hier hinten festhalten und dann einfach in die Pedale treten, was Ihnen einfach maximale Sicherheit bietet, was wirklich ganz komfortabel ist. Wo man auch einfach mal sagt, da fällt es mir dann auch leichter, mehr zu fahren, weil die Bewegung nach vorne hingehend für Sie vielleicht auch anstrengend war in der vergangenen Zeit. Da tut es immer hier hinten im Lendenwirbelsäulenbereich ein bisschen weh. Das zieht dann immer hier hinten im Rücken. Das kann Ihnen jetzt nicht mehr passieren, weil Sie dann in diesem Fall sich jederzeit nach hinten lehnen können, um den Rücken zu entlasten. Und das ist einfach hervorragend. Da hat man sofort diese bessere Haltung dann auch. Kann einfach mal ein bisschen zurücklehnen. Hat jederzeit diese Haltegriffe dann auch, um sich ein bisschen festzuhalten. Und hat einfach mehr Stabilität dann auch, um auch mal zwischendurch vielleicht einfach ein bisschen durchzupusten. Das ist hier halt das Schöne. Und dieser Heimtrainer brandneu hier bei uns. Es ist eine TV-Premiere gerade reingekommen für 142,41 Euro. Ja, innerhalb von zwei bis drei Tagen dann bei Ihnen zu Hause und vor allem klein und kompakt. Und Sie brauchen nicht mal einen Stromanschluss. Sie können wirklich überall aufstellen, wenn Sie möchten. Vielleicht sogar mal auf die Terrasse dann, wenn es ein bisschen schöner ist vom Wetter her. Überall innerhalb der Wohnung schauen Sie auf den Rollen. Auch wirklich perfekt innerhalb der Wohnung mal hin und her schieben. In den kompakten Maßen, selbstverständlich. Und der ist ja unglaublich toll und stabil gebaut. Ja, unglaublich, wirklich. Also der ist super stabil, wenn er steht. Aber er ist halt auch super flexibel, wieder zusammenzuräumen. Und wie wir sehen, wirklich auch auf High Heels mit zwei Fingern und Moderationskarten in der Hand. Wie so einen kleinen Einkaufswagen von A nach B zu schieben. Das heißt, Sie brauchen hier wirklich nicht mal irgendwas anheben oder anstemmen. Was jetzt auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen ist, ist, dass der Zusammenbau auch ganz leicht ist. Also das kommt quasi in großen Teilen schon zu einem. Und die Stellschrauben sind schon an den richtigen Plätzen. Sie kennen das vielleicht von diesem schwedischen Möbelhaus zum Beispiel, dass man da ein Säckchen voller Schrauben bekommt. Und man muss erst mal nachschauen, wo kommt welche Schraube hin. Ist hier nicht der Fall. Die Schrauben sind schon an ihren Plätzen. Das heißt, Sie machen das quasi wie so ein kleines Stecksystem. Dann wird das einfach nur einmal festgezogen. Und schwuppdiwupp können Sie schon Platz nehmen auf dem Heimtrainer. Kathi, du hast es gesagt. Gerade natürlich auch dadurch, dass wir hier unabhängig sind von der Steckdose. Mit dieser 2,5 Kilogramm Schwungmasse arbeiten. Übrigens Batterien einmal nur in das kleine Trainingscomputerchen eingelegt, damit Sie da Ihre Anzeige haben, auch bezüglich der Pulssensoren, für die Sicherheit Ihrer Herzfrequenz. Kann ich das Ganze jetzt mal mit auf den Balkon nehmen, auf die Terrasse, mal bei schönem Wetter dann vorne was fahren. Und Sie werden es auch relativ schnell merken. Ich würde sagen, eine, maximal zwei Wochen. Und Sie werden merken, wie Sie auf einmal länger fahren, wie Sie schneller werden, wie Sie sich mehr zutrauen. Und das ist vor allem auch so ein Gefühl, da ist man dann richtig stolz auf sich. Natürlich, man merkt das sofort. Ach, das tut mir gut. Gerade auch, wenn man den vielleicht vor dem Fernseher dann aufstellt. Da kann man ja während man dann Fernsehen schaut, so ein bisschen was tun. Und dann hat man auch endlich was getan. Oft sucht man ja nach einer Möglichkeit, um sportlich tätig zu werden, um etwas zu tun, um vielleicht auch das ein oder andere Kilo zu reduzieren. Man weiß, man muss da was machen. Man möchte auch gerne, denkt sich, ach, da sind vielleicht einige Kilos über die Jahre draufgekommen. Aber wie soll ich denn das schaffen, jetzt endlich abzunehmen? Hier haben Sie die Möglichkeit, mit so einem tollen Heimtrainer zu Hause vor dem Fernseher entspannt in den eigenen vier Wänden zu trainieren. Sie können den Fernseher anmachen. Sie sind ganz privat für 142,41 Euro. Toll. Ganz toll für sich. Ein bisschen strampeln und da wird der Körper schön trainiert. Und das kann man in jedem Alter hervorragend machen, um sich fit zu halten, um sich beweglich zu halten. Und da wünschen wir Ihnen schon mal ganz viel Spaß bei. Die NX 7902 und die 569, der TV-Sonderpreis, ist jetzt für Sie gültig. Ein ganz, ganz neues Gerät, das Sie hier bekommen. Ganz viel Sicherheit, einfach zu bedienen. Klein und kompakt, in einer fantastischen Qualität, muss man sagen. Also sehr robust, trotzdem klapper. Also das ist ein ganz tolles neues Gerät, das wir hier im Programm haben. Als TV-Premiere ab jetzt für Sie zu bestellen. Das heißt, jetzt können Sie in die Leitung gehen und können dann losfahren. Tschüss! Musik 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 Musik